Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer absoluten Sondersendung auf drei Kanälen, Alexander Stier, Okkultes Wissen, Tilman Knechtel, Traukheim Promi und Charles Fleischauer, Geheimnisvolle Geschichte. Wir haben uns zusammengefunden zu einem Traumtrio, von dem wir wahrscheinlich alle schon geträumt haben, dass das mal zusammenfindet, um uns heute dem Thema okkulte Popkultur, okkulte Popmusik zu widmen, ein Thema, was ja eigentlich Tilmans Steckenpferd ist, wobei man sagen muss, Tilman beschäftigt sich damit schon seit einigen Jahren sehr detailliert, allerdings mit diesem Blick von außen, er war und ist selbst nicht Mitglied in irgendeiner okkulten Gruppierung und bei mir und Alex ist das halt anders, Alex war in okkult, magisch, teilweise satanistischen Gruppierungen anzutreffen, ich war in der Vergangenheit Freimaurer und so haben wir uns überlegt, dass wir heute mal zu dritt auf diesen Themenkomplex aus unseren unterschiedlichen Perspektiven ein Auge werfen und mal schauen, ja, zu was für Ergebnissen wir kommen, ob wir zu neuen Perspektiven gelangen und ja, Jungs, herzlich willkommen, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, trotz gigantischer Zeit, Verschiebungen und Verspätungen und allem Möglichen, die Sendung, ja, heute ermöglicht. Gerne, freut mich. Ja, und ja, ich bin aus mir absolute Ehre, weil es ist natürlich großartig mit euch hier diese Sendung machen zu dürfen. Ja, und vielleicht steigen wir auch direkt ein. Ich würde gerne sozusagen das Thema mal beginnen mit einer Frage an Tillmann. Du hast ja diesen Kanal Trau Kein Promi, der super erfolgreich ist. Ich glaube, niemand, der kritisch sich informiert und YouTube schaut, kennt dich nicht, kennt nicht deine Arbeit und hat sich nicht auch schon einige Male so beim Gucken deiner Videos gewundert, was du da alles so entdeckst in der Popkultur oder Rapkultur oder wie auch immer, wenn man vielleicht überhaupt von Kultur sprechen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Und mich würde einfach mal interessieren, wie bist du eigentlich damals zu diesem Thema gekommen? Wie hat sich das ergeben, dass du ohne selber jetzt in irgendeiner Organisation Mitglied zu sein, ja, Musikvideos oder dergleichen geschaut hast und dann gesagt hast, hey, da ist unheimlich viel Symbolik drin und ich möchte mal darauf hinweisen und das entschlüsseln? Ja, also auf das Thema bin ich gestoßen. Einerseits, weil es mich schon damals auch gewundert hat, warum jetzt kritische und relevante Themen von Künstlern, Künstlern in Anführungszeichen oder von der Industrie, Musikindustrie oder Unterhaltungsindustrie, dass die nicht aufgegriffen werden. Also warum sie bestimmte Sachen, da sind wir schon beim Thema, okkult halten, also nicht in die Öffentlichkeit bringen, quasi kein Licht darauf scheinen. Das ist ja schon, das Wort okkult heißt ja versteckt. Und das hat mich zum einen Teil gewundert. Andererseits gab es natürlich auch schon aus Amerika so Videos, die da genauer hingeschaut haben, weil für mich gab es da vorher gab es eigentlich immer eine Trennung zwischen, sage ich mal, Politik, Agenda, zwischen Kriegen und Macht und einfach der Unterhaltung. Und ich dachte halt, die Leute in der Unterhaltung hätten jetzt gar nichts mit diesen anderen Leuten zu tun und wären quasi einfach Leute, die sagen, okay, wir gründen jetzt mal so ein Unternehmen und machen da so eine Unterhaltungsindustrie draus. Und dann werden wir halt berühmt und dann machen wir halt so, was wir wollen, unterhalten die Leute oder auch nicht. Und wir sagen auch alles, was wir wollen. Aber das stimmt ja so gar nicht. Also es werden genau die Themen auch in der Unterhaltungsindustrie tabuisiert, die auch größeren Stilen in unserer Gesellschaft tabuisiert werden. Und da war es natürlich total naiv von mir anzunehmen, dass es da keine Vernetzungen und Verbindungen gibt und dass es nicht doch alles wieder aus derselben Quelle kommt. Und ja, da ging es eigentlich viel um Rap, was ich auch damals gehört habe. Also Leute, die ich damals sogar noch gut fand. Ich komme ja jetzt auch wirklich vom ziemlich unkritischen Konsum her und weiß deshalb auch gut, wie sich das anfühlt. So kriege ich dann auch vielleicht eher die Aufmerksamkeit der Zuschauer, weil ich irgendwie weiß, wo ich da ansetzen muss. Und da habe ich auch so Rapper gehört. Das war so 2011 rum. Und das waren jetzt auch keine besonders großen Megastars, wo man dachte auch, das wären so ganz normale Typen und Leute, die so außerhalb vom Mainstream stehen. Und das ist ja auch heute noch so ein Steckenpferd der Rapper, dass sie ja außerhalb des Mainstreams stehen und dass sie quasi die Leute sind, die man nicht haben will. Während die Unterhaltungsindustrie ja eigentlich sowas ist, wo man quasi ein Produkt präsentiert und man weiß genau, okay, dieser Typ, der gerade auf der Bühne steht, das ist gar nicht der echte. Aber in der Rapindustrie, die setzen auf Authentizität. Das heißt, sie behaupten, dass, was sie vorgeben, auch wirklich, dass sie das darstellen. Aber wenn man genauer hinguckt, ist das halt überhaupt nicht so. Aber ich habe damals auch irgendwo geglaubt, dass diese Leute, die da damals auch noch so ein bisschen unter dem Radar waren, irgendwo, dass sie den Mächtigen auch ein Dorn im Auge sein könnten. Dass deutscher Rap so ein bisschen was Graswurzeliges hat, sage ich mal, weshalb ich da dann auch angeknüpft habe. Und da wurde ich dann über die Jahre echt auch bitter enttäuscht. Und der deutsche Rap wurde halt auch vollkommen gleich geschaltet. Oder war es vielleicht schon damals, als ich angefangen habe und ich war einfach nur naiv. Zumindest wollte ich dann eher eben diese amerikanische Art von Aufklärung über die Musikindustrie machen und das auch ein bisschen nach Deutschland bringen. Und das auch dann vielleicht ein bisschen mit der Hoffnung, dass es hier nicht ganz so schlimm wird. Weil die Deutschen sind ja auch ein eher ehrliches Völkchen, dass vielleicht diese Rapper auch mal solche Themen aufgreifen und ein bisschen kritischer werden. Und genau zu der Zeit fing es aber dann auch richtig extrem an mit diesen okkulten Symbolen und den auch teilweise wirklich komischen Geschehnissen im Deutschrap. Das hat dann auch wirklich genau zu der Zeit so richtig Fahrt aufgenommen, dass ich auch glücklicherweise ziemlich am Puls der Zeit war. Ich glaube, ich bringe jetzt so ein bisschen durcheinander, wann ich auf das Thema aufmerksam geworden bin und wann wirklich mein Kanal rauskam. Aber als ich so darauf aufmerksam wurde, war 2011 rum und da kam zum Beispiel auch dieses Album von Bushido und Sido raus, wo so eine Eule vorne drauf war und mit Freimaurer-Symbolik in den Videos und auch ein Freimaurer-Ritual nachgestellt und so. Da bin ich natürlich schon hellhörig geworden. Und ja, auch damals, als ich angefangen habe, ging es zum Beispiel auch schon um Xavier Naidoo, der ja auch dann teils andersherum sehr augenöffnende Botschaften da in seinen Songs hatte. Dann gab es aber auch diese Geschichte, wo er einen sehr bekannten Song mit dem Rapper Cool Savage hatte über so Rituale in Logen, wo es sogar darum ging mit Kindern und so weiter, wollen wir jetzt mal nicht genauer drauf eingehen. Also da war ich dann auch eher erstmal so enthusiastisch, sodass Deutschrap vielleicht auch was Positives haben könnte, dass es quasi antisystemisch ist. Und damals hat dieser Rapper auch noch mit Xavier Naidoo enthusiastisch gerappt, also auch standvoll hinter dem Song. Und dann mussten sie sich aber davon distanzieren und zwei Jahre später brachte dann dieser Rapper einen Song raus, wo es angedeutet darum gehen zu scheint, dass ihn so eine Art Loge bedroht. Und nach dem Song ist er dann auch komplett zurückgerudert. Dieser Cool Savage ist jetzt auch ein fester Teil der Musikindustrie und auch immer noch sehr erfolgreich. Auch der hat mittlerweile einiges an komischen Botschaften und Symbolen. Und viele Rapper sind ja auch voll dabei, wenn es jetzt zum Beispiel um C... und so weiter geht. Also es gibt viele so typische Systemrapper, die dem System jetzt auch voll dienen. Und ja, also sowas verfolge ich eigentlich. Also es geht einerseits natürlich auch um die okkulten Symbole, aber für mich schon der Hauptanlass ist immer, was vertreten diese Rapper eigentlich? Kann ich da irgendwas Positives rausziehen? Wenn es denn so wäre, dann würden mich die okkulten Symbole auch nicht stören. Es geht mir primär schon darum, die Missstände in unserer Gesellschaft abzugleichen mit dem, was denn im Deutschrap kommuniziert wird oder was da an den Mann gebracht wird. Und das ist eigentlich mein Hauptaugenmerk. Ja, ich finde das ja total interessant, dass du ja auch sagst, du hast zu Anfang so eine ganz naive Sichtweise darauf gehabt. Kommst eigentlich wirklich aus der Sparte des unkritischen Konsumenten, der Unterhaltungsindustrie konsumiert eben, um sich zu entspannen oder halten, weil er es irgendwie cool findet. Und bist dann immer mehr so auf diesen kritischen Trip gekommen und hinterfragst da ja immer mehr. Ich komme ja, wir sind ja ungefähr alle gleich alt, so Pi mal Daumen wir drei. Und ich komme ja natürlich auch voll aus der Generation, die Rap hört und das alles kennt und damit aufgewachsen ist. Und Deutschrap war jetzt nie so mein Ding, aber so amerikanische Sachen habe ich früher als ich jünger war auch ganz viel gehört. Und mir war eigentlich immer schon klar, eigentlich hörst du Schund. Eigentlich hörst du hier ein Musikgenre, das irgendwie Gewalt verherrlicht, das total sexistisch ist und Kriminalität glorifiziert. Du guckst dir also eigentlich immer oder ziehst dir da irgendwas rein, was negative Werte vertritt. Aber wenn man so in der Jugendphase ist oder in so einer männlichen Selbstfindungsphase, findet man natürlich alles geil, was irgendwie hart und böse ist oder so zu sein scheint, ist auch völlig verzeihlich. Aber das war mir eigentlich immer klar, dass da destruktive Botschaften mitschwingen. Was ich aber nie erwartet hätte, da war ich wiederum total naiv, ist dieser Punkt, dass das eine Verknüpfung hat zu Okkultsymbolik oder Okkultkreisen. Weil ich naiverweise davon ausgegangen bin, ja Leute, die jetzt irgendwie Popmusik machen oder Rapmusik in dem Spezialfall, dass das jetzt nicht unbedingt die intellektuellen Okkultisten sind, die jetzt da irgendwie die schwierigen kabbalistischen Bücher oder dergleichen lesen oder dass das das Klientel ist, was in so bürgerliche Logenkreise aufgenommen wird. Aber da habe ich glaube ich damals unterschätzt, dass natürlich auf den höheren Etagen der Musik- und Unterhaltungsindustrie ist ja durchaus schon, ja wir das dann eher mit so einem gutbürgerlichen Klientel zu tun haben, gutbürgerlich in Anführungsstrichen, aber besser betuchte und natürlich auch gebildete Leute. Und dass die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann so ihre Musiker da dann teilweise auch irgendwie mit reinbringen, zumindest zum Teil scheint es so zu sein. Und die andere Seite der Medaille, die ich dann sehe, ist die, dass natürlich auch eben auch durch so eine Berichterstattung wie deine, Tillmann, das Ganze ja irgendwie so an die Öffentlichkeit geraten ist und ich das Gefühl habe, dass gerade jetzt zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene mit diesen Symboliken auch gespielt wird. Also das ist jetzt so ein fließender Übergang, da gibt es sicherlich einige, die da wirklich mit Okkultkreisen zu tun haben, dann gibt es andere, die einfach nur sagen, ja geil, du musst jetzt auch irgendwie nochmal ein Illuminatenauge oder so in deinem Videoclip zeigen und ein musivisches Pflaster und schon wirst du irgendwie so gehypt und die Gerüchteküche nimmst du in den Lauf. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass in der Hip-Hop-Szene gibt es ja auch eine Affinität, sage ich mal, für so ein bisschen Mafia-Gehabe oder Symbolik. Jeder stellt sich ein bisschen da, als wäre er irgendwie der Pate oder so und ich habe das Gefühl, so ist auch so eine Freimaurer-Illuminaten-Symbolik da so reingeschwappt und es ist super cool, sich so darzustellen. Und jetzt ist der Übergang total fließend oder schwierig eine Grenzlinie zu ziehen. Wo ist das dann jetzt echter Okkultismus und wo ist das so ein Marketingteil? Oder gibt es diesen Unterschied überhaupt, macht es überhaupt einen Unterschied oder sind oben die Produzenten und lachen sich tot und sagen, ist doch scheißegal, ob ihr da jetzt wirklich drin seid, Hauptsache ihr bringt diese Symbolik immer. Also ich glaube, wenn ich dazu mal kurz was sagen darf, ich glaube, dass die meisten Rapper überhaupt gar keine Ahnung haben oder nur so Randwissen oder auch nur irgendwas gelesen haben irgendwo. Die sind tatsächlich in meinen Augen eher Marionetten von irgendwelchen Zuspielern. Da gibt es Zuspieler, die sagen, komm, wir machen das Video jetzt mal so. Komm, wir packen da jetzt mal ein weißes Pferd rein. Komm, wir machen jetzt mal dies, wir machen das. Und dann wird dem Künstler in Anführungsstrichen das so dargestellt, als ob das irgendwie ganz cool ist. Guck mal, das haben die anderen Rapper doch auch schon gemacht. Komm, wir machen das jetzt auch. Und dann packen wir da noch irgendwo eine Pyramide rein und da noch irgendwo ein Auge und hier noch irgendwas. Und dann bastelt sich das zusammen und die sind oftmals total ahnungslos. Das merke ich auch daran, wie die darauf zum Beispiel das, was ich so sehr geil fand, war das Interview mit Tillmann und Sido. Wenn man nämlich Sido ganz genau beobachtet hat, hat man gemerkt, dass er einerseits hat er sich manchmal widersprochen und andererseits hat man aber auch gemerkt, dass er gar nicht so wirklich weiß, was er jetzt darauf antworten soll, weil er so eine gewisse Ahnungslosigkeit zum Teil ausgestrahlt hat. Und da ist mir irgendwie auch klar geworden, nee, der ist in keiner Loge. Der hat vielleicht mit Leuten zu tun, die ihm auch irgendwo Rückhalt geben, Sicherheit geben. Und er weiß vielleicht oder ahnt vielleicht auch, dass das Leute sind aus höheren Logenkreisen. Aber der ist definitiv nicht Mitglied irgendwo drin. Also das würde ich, weiß ich nicht, dafür macht er zu wenig, dafür setzt er selber zu wenig in Szenerie. Also er wird immer nur irgendwo hingesetzt und um ihn herum passiert was. Aber er selber macht jetzt nicht irgendetwas, wo ich sagen würde, das sieht überzeugend für mich aus, dass er jetzt irgendwo da eingeweiht ist und anderen irgendwas vermitteln will. Das ist meine Eindruck. Das ist eine Frage, auf die ich auch bisher keine Antwort habe. Ich glaube, es ist sehr auch, es gibt wahrscheinlich auch keine eindeutige Antwort darauf, ob jetzt alle Rapper, also wenn wir ja immer so definitive Sachen, alle Rapper sind in solchen Organisationen drin oder jeder Rapper, der zum Star wird, muss seine Seele verkaufen oder jeder Rapper ist Freimaurer, jeder Rapper ist Satanist. Aber es wird wahrscheinlich sehr divers sein und es wird wahrscheinlich, da gebe ich euch insofern recht, dass in den höheren Strukturen der Labels da wahrscheinlich auch viele Wege zum Ziel führen, sage ich mal. Und bisher habe ich wirklich keine Antwort auf die Frage bekommen, jetzt auch nicht von Quellen von innen, wie jetzt genau diese Symbole in die Videos kommen. Das weiß ich nicht. Fakt ist, sie sind da. Das kann man mal so als Fakt festhalten. Aber wo jetzt da genau die Strippen gezogen werden, dass das immer so gemacht wird oder dass quasi jeder Rapper diese Sache da drin hat oder in jedem zweiten Video irgendwas zu sehen ist. Da gab es auch mal ein Interview von Olli mit Xavier, wo Xavier gesagt hat, es geht eher so von den Videoproduzenten aus, die dann wahrscheinlich auch von den höheren Ebenen Anweisungen bekommen, wo man sich aber dann noch vorstellen kann, die Videoproduzenten, die nehmen auch einfach nur Befehle entgegen. Und der Befehl für die wird wahrscheinlich auch anders gekleidet werden. Die werden sagen, ja, das ist halt gerade lustig, zum Beispiel jetzt mit den Freimaurern, da spielen wir jetzt mit. Das ist genau diese Entwicklung, die dann von sich selbst Fahrt aufnimmt, weil es quasi Leute gibt, die das gesehen haben und das kritisieren, sagen jetzt, okay, wir machen daraus einen großen Spaß. Aber eigentlich im innersten Kreis weiß man dann, es ist gar kein Spaß. Aber diese Deutschrapper denken dann selber, sie setzen sich so einem Trend auf. Und so wird es dann quasi alles weg erklärt. Das ist ja wie jetzt auch bei der, ah, jetzt habe ich es gesagt, okay, bei medizinischen Maßnahmen, da wird ja auch eben, es gibt immer so eine gedeckte Erklärung für die Masse, die das dann glauben soll. Und auch so ein Videoregisseur bekommt dann eine Anweisung und macht es halt, weil letztendlich funktioniert das ja immer auch über das Werkzeug Geld. Wenn du gutes Geld dabei verdienst, da fragst du nicht zweimal, sondern da haust du das einfach rein. Und ich glaube, da wird es schon so einige Erweckungserlebnisse geben, dann, wenn sie dann die Videos schauen und so, oh, okay, so ist es also. Was ich mir vorstellen könnte, ist, ich meine, vieles, was in Deutschland passiert oder fast alles, ist ja immer ein Abklatsch von Amerika. Das heißt, ich glaube, wenn wir so nach der Quelle suchen, müssen wir nach Amerika schauen. Und da kann ich mir vorstellen, dass irgendwann mal so Leute aus dieser Musikproduzenten oder Videoproduzenten Szene, die tatsächlich Okkultisten waren, dort versteckt irgendwie so Symboliken eingebaut haben. Das glaube ich definitiv. Und ich kann mir vorstellen, dass als das dann irgendwann auch mal so bekannt wurde, Leuten auffiel und dann gehypt wurde, da ganz viele Trittbrettfahrer sind, die dann einfach sagen, okay, um das zu verkaufen, müssen wir das da auch einbauen. Aber der Übergang ist fließend. Das schließt ja auch das eine nicht so ganz aus oder dass die dann vielleicht auch später noch in okkulte Kreise kommen oder wie auch immer. Und hier in Deutschland wird das, glaube ich, knallhart kopiert. Wobei dann, also diesen Einwand fand ich gut, dass das mehr so von den Videoproduzenten ausgeht. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich produziere ja auch Videos, so im Klinik für YouTube und so im kleinen Stil. Und ich weiß ja auch, wenn man dann so Videos macht und gerade bei Musikvideos mit künstlerischem Anspruch, da macht man sich unheimlich viele Gedanken, was man wo positioniert, wie man es darstellt, wie man das Licht macht. Jede Szene ist irgendwie durchdacht. Und wenn man da eine gewisse Agenda hat, entweder um Verkäufe zu generieren, dann, ja, dann baut man sowas ein. Das ist schon trotzdem beachtlich, warum es gerade diese Agenda ist. Ob das echt nur ist, weil es sich so gut verkauft oder weil es einem aufgedrückt werden soll. Also, was ich definitiv weiß, ist, dass es sehr, sehr viele Künstler gibt innerhalb der Church of Satan, aber auch innerhalb des Temple of Seed, auch in Deutschland. Ich kenne deutsche Künstler vom Temple of Seed, die Fotos machen, Videos produzieren und so weiter für andere. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass zum Beispiel, ja, dieser Hex zum Beispiel, wie das der eventuell auch in einer dieser Untergruppierungen ist. Ich habe ja in meinem letzten Video auch schon gesagt, dass es da Leute gibt, also letztendlich, dass Satanisten eigentlich nur die nützlichen Idioten sind von höher gestellten anderen Leuten. Ja, und das quasi Satanismus nur die Handfeuerwaffe ist in der Hand einer anderen Macht dahinter. Und so sehe ich das eben auch, dass eben hier eben diese Satanisten eingesetzt werden, um die satanische Agenda voranzutreiben, um einerseits von dem, was dahinter steckt, abzulenken, also was wirklich dahinter steckt, abzulenken, weil alle gucken immer nur auf Satan, alle sehen immer nur die Pentagramme, den Baphomet oder irgendwas, aber keiner vermutet dahinter, also das, was eigentlich dahinter steht. Und wenn wir uns gewisse Sekten anschauen, aus gewissen Gruppierungen, die ja eine gewisse messianische Agenda haben, dann passt das super gut ins Konzept. Man muss die Welt ins Chaos stürzen, damit dann eben ein Erlöser kommen kann. Und diesen Erlöser, den stellen dann bestimmte Gruppen schon bereit. Ja, und deswegen wird der Satanismus und diese Satanisten und diese Leute eben dafür ganz gezielt eingesetzt, in der Kunst vor allen Dingen und so weiter, um das publik zu machen. Und da ist eben Musik, Unterhaltung, Filme. LaVey hat selber in zahlreichen Filmen hat er diese ganzen Beratungen gegeben an Hollywood, wie sie den Teufel darstellen sollen und wie sie das alles machen sollen. Und das ist heute immer noch so. Es gibt so viele Tätowierer, Künstler, Maler, Zeichner, Fotografen, Filmemacher, die alle in irgendwelchen satanischen Gruppierungen sind und die dadurch wieder als nützliche Idioten agieren, für die, die hinter der Agenda stehen. Also ich würde gerne mal eine kleine Anekdote kurz erzählen. Als ich damals Freimaurer war, hatten wir einen Logenbruder. Der hat als Bildredakteur und Grafiker gearbeitet für ein sehr namenhaftes deutsches Systemmedium. Ich nenne den Namen jetzt nicht, es ist in Hamburg ansässig und ist so eines der ganz großen Printmedien des Systems. Und da hat er jedenfalls Bildredaktion gemacht und war auch teilweise für die Gestaltung der Titelbilder zuständig. Und die hatten mal so ein, die haben auch so Sonderhefte, wo es dann um Geschichtsthemen geht und eins ging dann irgendwie um Preußen. Und auf dem Titelbild war ein Brandenburger Tor und da waren dann so verschiedene Figuren der preußischen Geschichte eingearbeitet. Ich glaube Bismarck, Kaiser Wilhelm und unter anderem halt auch Friedrich der Große. Und Friedrich der Große war ja Freimaurer. Und da hat er dann den Friedrich den Großen abgebildet, zum historischen Bild, und hat dem einen Freimaurerwinkel, das ist das Zeichen des Meisters vom Stuhl, umgehängt. Und das hat nie jemand gemerkt. Und das hat er mir dann gezeigt und hat geschmunzelt und gesagt, guck mal hier, da habe ich den alten Fritz mit einem Winkel dargestellt. Und das wäre jetzt ja so eine Geschichte, wo man eindeutig sagen könnte, ey krass, da hat ein Freimaurer verdeckt irgendwas eingebaut, was deutschlandweit in Kiosken auslag. Aber es ist halt so eine Geschichte, ich kannte den und das Drumherum, das hat der nur aus Jux und Dollerei gemacht. Das hatte keinerlei, da wusste nicht die Loge von, da hat ihn keiner für beauftragt. Das hat er einfach schmunzelnd gemacht. Aber er wurde ja vorher geframed. In der Loge wurde er geframed. Und das ist der Punkt. Die Leute werden ja alle geframed. Und haben das im Kopf und denken sich, haha, ich mache das jetzt einfach mal cool, weil dann zeige ich das mal, dann sehen das meine Brüder und so weiter. Aber dieses Framing ist ja trotzdem da bei ihm. Ja, das stimmt. Wobei ich halt, ich wollte nur darauf hinaus, da gab es jetzt, da gab es keinen Auftrag im Sinne von, Mensch, du arbeitest dort, bau da mal Symbole ein. Ich glaube, das hätte, wenn das, ja, wenn er es öfter gemacht hätte, hätte man ihm eher so gesagt, so, lass das mal, was soll der Kinderkram. Ja, das hat er aber gemacht, fand es witzig, war auch irgendwie witzig, weil es, wie gesagt, keiner gemerkt hat. Hab auch nie gehört, dass diese Titel, diese großen Printmediums, dieses Titelblatt mal irgendwo thematisiert gewesen, wäre es niemandem aufgefallen. Also, ich wollte nur darauf hinweisen, das gibt es halt auch, dass Leute, natürlich sind die dann vielleicht geframed, dass die dann ihr Thema da irgendwie einbauen wollen. Aber nicht immer, wenn irgendwo eine Symbolik auftaucht, steckt eine ganz knallharte Agenda dahinter. Das ist auch einfach nur, manchmal ist man irgendwie in der Position, irgendwo ein Bild zu gestalten und sagt, dann mache ich das mal im Sinne meines Hobbys oder so. Ob das jetzt bei Popvideos auch so ist, weil die ja schon ein bisschen durchdachter sind und das da weitergeht, das ist eine andere Fragestellung. Aber ich wollte es einfach mal so einwerfen, auch das kann man mal bedenken, dass es verschiedenste Motive gibt, warum solche Symbolik irgendwo zu sehen sein könnte. Also, ich habe da auch meine eigene Theorie und die geht schon auch eher in die von Alex, dass wenn man mal rumguckt, wen denn diese Labels dann in den größeren Strukturen gehören, dann gehören die jetzt, sagen wir mal, von der Oberfläche betrachtet, wobei die Grenze da sicher fließend ist, sieht man ja, wem die gehören. Und die gehören jetzt nicht, sage ich mal, Leuten, die sich offen zum Satanismus bekennen. Und ich sehe das auch so wie Alex, dass die ist schon eine Art von nützlichen Idioten. Das sind so diese Okkultgruppen. Ich würde ihre Rolle gar nicht unterschätzen. Ich glaube, sie ist größer, als die Leute es denken. Aber in der gesamten Hierarchie glaube ich auch, dass sie nur das erfüllen, was man für sie vorgesehen hat. Und sie glauben dann halt von sich, sie sind die Wissenden und sie haben auch, wenn es jetzt, sage ich mal, um solche Dunkellogen geht, wo jetzt anscheinend Alex drin war, da geht es ja auch sehr um dieses Sozialdarwinistische. Und sie glauben, sie würden jetzt alle ausstechen und die anderen Leute sind alle Idioten. Aber ich glaube, die verstehen selber gar nicht, dass sie sich da eigentlich auch nur zum nützlichen Idioten machen. Und da wird es jetzt sicher so eine Mischung geben. Es wird einerseits Leute geben, die auch in so kleineren Gruppen drin sind, die vielleicht manchmal sehr harte Sachen machen, manchmal totale Softies, wie jetzt auch, sage ich mal, nach außen diese Church of Satan, aber halt trotzdem mit solchen Ritualen und einer gewissen Ideologie dahinter. Es wird aber auch sicher von oben Anweisungen geben von den Labels, weil diese Labelbesitzer, das ist gerade deren Agenda, uns so darzustellen. Also die Gesellschaft so darzustellen. Weil so sehen wir in ihren Augen aus. Ja, da stimme ich dir zu. Also ich wollte jetzt mit meiner kleinen Anekdote dieser These gar nicht widersprechen. Da bin ich voll bei dir. Das ist ganz klar. Wenn man mal schaut, wem diese Läden gehören, dann sind das eindeutige Gruppen und die geben die Agenda vor. Das ist ganz klar. Und dann gibt es wahrscheinlich aber auch noch Trittbrettfahrer irgendwo. Aber es ist auch interessant, selbst wenn es Trittbrettfahrer gibt, die so eine Symbolik nur reinbringen, weil es cool ist und sich verkauft, dann muss man ja auch sagen, es verkauft sich ja nur, weil es vorher mal überhaupt in die Welt gebracht wurde und mit Popmusik oder Rapmusik assoziiert wurde und jetzt erfolgreich ist. Und da im Kern waren auf jeden Fall Leute, die wussten, was sie tun. Ja, wobei ich da skeptisch bin bei diesem Verkaufsargument. Also ich glaube nicht dadurch, dass man quasi mit sowas spielt und diese Symbole da drin hat, finden die Leute das sonderlich gut oder nehmen einem das dann mehr ab, dass die Leute durch diese Symbole irgendwie unterbewusst programmiert werden, dass sie dann in die Läden gehen und das kaufen, glaube ich, jetzt auch nicht. Also ich denke nicht, dass es unbedingt geschäftsfördernd ist, solche Symbole da einzubauen. Und auch, dass man jetzt einen Trend reitet. Ich meine, die meisten Leute verstehen es entweder nicht oder sehen es sogar negativ, weil es gibt ja immer mehr Leute, die das auch sehr kritisch sehen. Und es gibt auch viele Leute aus den Religionen, die das nicht mögen. Wobei ich immer gesagt habe, ich bin gar kein großer Fan der Religion oder ich stelle mich auch nicht hinter die Drei-Welt-Religion. Aber, sage ich mal, Leute, die die Religion halt positiv auslegen für sich selber und einfach anständige Menschen sind und die solche Symbole dann sehen, die reagieren eigentlich auch sehr allergisch drauf. Also ich glaube schon, dass man das macht, weil man es machen kann und weil man es machen will und dass da mehr drüber steht als nur Geld und Leute, die in die Läden rennen. Ich würde sogar eher sagen, dass diese ganze Musikbranche eher ein Negativgeschäft ist. Ja, vor allem das krasse ist ja, wenn du zum Beispiel solche Videos anguckst wie von Haftbefehl mit diesem Lucifer-Video, das ist ja echt, die Reaktionen unter dem Video waren einfach krasse. So viele Leute haben geschrieben, Hafti, was stimmt mit dir nicht? Warum bist du jetzt so? Warum machst du das? Also viele haben das auch schon gecheckt, dass da irgendwas nicht passt irgendwie, weil dieser Typ hat, was hat der mit dieser Symbolik zu tun, fragt man sich dann auch. Woher kommt das plötzlich? Vor ein paar Jahren vorher singt er über Creme Fraiche und irgendwelche anderen Sachen. Also so jetzt mal. Und dann plötzlich fängt er an mit solchen Sachen. Und das passt halt überhaupt nicht ins Bild. Und auch diese, es fing ja an mit immer mehr Gewalt und irgendwie immer asozialer letztendlich. Aber dieses Asoziale war ja auch Teil seines Images schon vorher. Das ist okay gewesen, würde ich sagen. Das passt so in die Schiene. Und dann plötzlich kommen aber diese, diese ganz klar satanischen Elemente rein, die jeder Holzkopf wirklich ganz klar erkennen kann. Und deswegen macht man das auch. Man benutzt die Symbole immer klarer, immer deutlicher, damit jeder Vollidiot versteht, um was es da eigentlich geht. und das ist eben das Ding. Man hat gewartet, bis er so groß war und die Reichweite hatte, die man wollte. Also die der Plattenfirma wollte. Und dann hat man angefangen, das rauszaunen. Es ist sowieso interessant, dass selbst Leute wie, wie heißt du denn? Oh Gott, diese ganzen Rapper. Der hat auch mit Farid Bang zusammen immer was gemacht. Wie heißt er denn nochmal? Kollegah. Dass selbst Kollegah einen Song rausgehauen hat über Lucifer. Also es gibt unglaublich viele Interpreten, die einfach einen Track haben, der nur Lucifer heißt. Das ist ganz komisch. Und die haben überhaupt, wenn man sich deren Lieder so anhört und dann kommt plötzlich das und dann tauchen immer mehr solche komischen Sachen auf. Und vor allen Dingen, er sagt ja selber auch, er ist Moslem und dann fährt er nach Palästina und hilft da und gibt dann irgendwie, distanziert sich von vielen Sachen immer so und tut immer so leger und auch charismatisch und charmant und was weiß ich nicht alles. Und dann haut er sowas raus und dann denkt man sich, was soll das, was war das denn jetzt? War das ein Auftrag? Musstest du das machen? Weil du sonst dein ganzes Ansehen verlierst? Das ist halt immer die Frage dann. Ja, also... Nein, Tillmann, mach mal. Also das gibt schon so, auch so Rapper. Kollegah ist schon so ein gutes Beispiel, die dann auch mal gegen die Elite oder kritische Botschaften in ihre Songs einbauen. Aber auch da ist schon irgendwie die Frage, irgendwie passt, ist es dann nicht so ganz kohärent alles? Und natürlich ist er jetzt jemand, der quasi als Antithese zu dem Okkulten sehr stark auch die Religion setzt und den Islam. Und da ist es auch kein Geheimnis, dass jetzt immer mehr solche Araber-Clans in seinen Videos zu sehen sind, wo ich mir einfach die Frage stelle, ja, also vielleicht ist der Typ insgeheim kritisch, aber es ist natürlich auch, man sieht es ja auch in der Wahrheitsbewegung oder wie man sie auch immer nennen will, es ist natürlich leicht, auch Leute zu instrumentalisieren, um Leute quasi wieder ins nächste Gefängnis hineinzutreiben. Und gerade wo wir jetzt bei den Religionen sind, ich glaube, viele machen halt den Fehler, das zu trennen, also dieses Okkultismus und die Religion, quasi, dass die Religion uns von den Satanisten befreien, weil das ist genau so ein Ding, das sich jetzt auch gerade voll auch in der kritischen Szene voll ausspielt. Stichwort auch Alexander Dugin, Wladimir Putin, die sich ja jetzt als christlich inszenieren und sagen, der Westen ist verdorben, der Westen ist satanisiert und wir sind jetzt wieder die Antithese, die kommen muss, um da mal ordentlich Ordnung zu schaffen. Und da habe ich auch bei diesem Kollegen sehr große Bedenken, dass er jetzt vielleicht jemand ist, der es vielleicht sogar ein bisschen gut meinen könnte, wobei er ja auch wirklich mit einer Klientel verkehrt wo es gar keine Diskussion gibt, dass das wirklich, ich sage mal nichts, aber asozial wird es wohl beschreiben. Also ich denke, es bringt nichts zu glauben, gerade jetzt in Kreisen, wo Leute Multimillionäre sind und wirklich in der Gesellschaft bekannt sind und es wirklich so weit geschafft haben, dass die nicht irgendwelche Leichen im Keller haben, selbst wenn es kleine sind und es ist auch nicht die Zeit, jetzt wieder zu glauben, ich hänge mich jetzt wieder an dieses Idol dran und der ist jetzt mein Star und den vergötter ich. Man kann ja auch bei Kollegah das Positive rausnehmen und das für sich selber nutzen, aber was jetzt so Lichtgestalten angeht, da bin ich schon sehr skeptisch. Mich würde mal interessieren, Tilman, du verfolgst das Ganze ja schon recht lange und wenn man jetzt mal so ein bisschen historisch schaut, auch wenn historisch vielleicht nur die letzten zehn Jahre abbildet, wo fing das denn eigentlich an? Gibt es so einen Startpunkt oder war die Pop- und Rap-Szene, so wie du sie beobachtest, von Anfang an mit Okkul-Symbolik überflutet oder gab es da auch einen Wandel? Ich meine, du untersuchst das ja recht genau. Was da so auftaucht, ist das, keine Ahnung, am Anfang mehr Freimaurer-Symbolik und dann wird es immer satanischer oder kabbalistischer oder was konntest du da so für Trends erkennen oder Entwicklungen? Naja, ich glaube, die Sachen gab es wahrscheinlich schon vorhin. Es gibt natürlich ganz verschiedene Brillen, die man angucken kann. Das ist satanischer, es wurde definitiv immer satanischer und das ist auch gut für mich, weil auch der Otto Normalbürger hat nichts mit Satanismus zu tun. Wenn der einen Baphomet im Video sieht, das stellt sich nicht die Oma auf den Schrank so. Also da ist er schon mal abgestoßen. Deswegen glaube ich, wie du auch gesagt hast, Alex, das ist bei dem Rapper Haftbefehl, das hat dem massiv geschadet, wenn da so ein großer Baphomet in seinem Video rumfliegt und der dann über Luzifer rappt. Da sind ganz viele Leute abgesprungen und trotzdem ist der auf angeblich auf einer Welle des Erfolges und jedes Album ist noch mal besser und wird von der Presse hochgelobt und Geld fließt in seine Kassen. Also so viel zum Thema Geld machen. Ich glaube nicht, dass es der Hauptanspruch ist. Aber ja, es wurde definitiv satanischer. Also was aufgefallen ist halt, was so ein quasi, wie soll ich sagen, der Anfangspunkt war, war jetzt, wo es all jedem aufgefallen ist, war damals 2011 dieses Album von Bushido und Sido, wo sie halt da ein Freimaurerritual dargestellt haben. Und das wurde, also wer da ganz entscheidend drin war, war ein Videoregisseur und Grafiker namens Spectre, der auch sehr, der sehr einflussreich war an den Anfängen des deutschen Gangster-Raps. Und der hat damals, glaube ich, auch Bushidos Logo gemacht. Und das ist genauso einer, der war da also voll in diesem Projekt mit drin und der spielt auch wirklich offen mit satanischer Symbolik. Der brüstet sich damit, zum Beispiel jetzt ein Logo für seine Marke. Das hat er mal so gestaltet, dass es genau wie so ein Orden von Alistair Crowley aussah und so. Agentium Astrum hieß es, vielleicht kann da Alex mehr sagen. Aber er brüstet sich auch mit dem Teufel und der Hölle und so. Und dieser, der ist auch immer noch in der Szene drin, aber er macht auch für große Marken und Unternehmen Kampagnen und so. Also es ist schon jemand mit einem Namen. Und gut, da bin ich jetzt wahrscheinlich auch abgetrifftet, was jetzt die Tendenz angeht. Aber zumindest das war der Startschuss. Und dann kamen immer mehr so ganz offensichtliche Sachen rein, wo ich dann einfach sagen musste, okay, das sieht ja jetzt langsam jeder. Dann kam dieser Rapper mit der Panda-Maske und halt vorne dem umgedrehten Kreuz drauf. Also, ich weiß nicht, gut ein Jahr damit aufgetreten, immer vorne das umgedrehte Kreuz. Jetzt mal ganz abgesehen von Logen und Hintergrundgeschichten und so weiter, ist es natürlich einfach heuchlerisch quasi diese eine Religion so dermaßen zu verhöhnen, während er sich mit den anderen zwei Religionen niemals anlegen würde. Und das ist natürlich vielen sauer aufgestoßen, aber es ging ja wirklich durch. Der ist von Sendung zu Sendung gependelt mit diesem Kreuz. Und dann kam es auch immer mehr mit diesen satanischen Andeutungen und okkulten Andeutungen. und dann irgendwann so weit, dass es wirklich in jedem zweiten Video war und dass eben, es gibt jetzt auch zum Beispiel auf Instagram, gibt es so einen Deutschrap Illuminati, der das jetzt alles sammelt und zusammenstellt und das ist wirklich, die Leute denken ja, du kannst ja bestimmt irgendwann mal aufhören, oder? Irgendwann gibt es noch nicht. Nee, der kriegt jede Woche neues Material und es ist quasi, es hört nicht auf, weil die Symbole sind einfach überall und da hat es schon sehr stark überhand genommen und da würde ich schon sagen, das ist genau diese Dynamik dann quasi, wenn man einen erwischt hat, dann dreht man es quasi um und sagt, okay, jetzt hauen wir das hier nochmal richtig rein und überfluten euch quasi damit. Ich würde gerne nochmal was sagen zu dem, was du davor noch gesagt hast und zwar, was ich erkenne ganz klar ist, dass eben die großen Weltreligionen überhaupt gar keine Opposition darstellen gegen den Satanismus oder so. Das ist ja das Problem, also viele, die Anhänger einer dieser Religionen sind, denken oftmals, wenn sie diese Videos schauen und sie dann eben da, ihnen das nicht bekommt und sagen, ja, ich will das nicht, ich finde das doof, hier Satanismus, dann denken sie, dass in ihren Reihen, dass das dann alles schon okay ist. Und das Problem ist, dass da auch in den Führungsriegen überall Unterwanderung herrscht und das auch gezielt gewollt ist. Ich kenne das selber aus den Ordenskreisen, in denen ich aktiv war. Da hat man das ganz gezielt gemacht. Da sind Leute Priester geworden. Da sind Leute in Religionen, in bestimmte Gruppierungen reingegangen. Ja, das nannt sich Inside Role. So, das heißt, man nimmt eine Rolle an als eine andere Person und wird dann zum Beispiel ein christlicher Fundamentalist in irgendeiner evangelikalen Christenbewegung und macht da richtig Dampf und hetzt die Leute richtig gegen Satanismus an, obwohl man selber Satanist ist. Das ist das Prinzip. Das kann ich auch alles belegen, dass das so ist. Da gibt es nämlich auch durchaus bestimmte Schriften, wo das genau erklärt wird, wie das funktioniert und wie man das zu machen hat. Diese Inside Role sind meistens Gratarbeiten, die darauf ausgelegt sind, für ein Jahr lang eine Rolle anzunehmen, in irgendeiner Richtung, meistens extrem, also meistens eine extremistische Richtung. Damit fängt es an und dann kann man später noch mal diese Inside Role vertiefen, indem man dann irgendwo Leute einsetzt, die das dann schon mal gelernt haben, wie das funktioniert, in einer ex-beliebigen Organisation. Das heißt, und auf diese Art und Weise werden dann Gruppierungen unterwandert, ob das nun verschiedene christliche oder eben auch im Islam, es gibt es das auch, das wird auch oft gemacht, genau in dieser Richtung. Ja, es wird halt überall unterwandert und dann werden diese Systeme einfach benutzt und Leute werden benutzt und innerhalb dieser satanischen Strukturen lernst du, wie man Leute anführt, du lernst, wie man Leute manipuliert. Es fängt an mit, du musst dich erst mal selber beherrschen können, du musst Rollen spielen können, dann geht es weiter mit, dann musst du einzelne Personen beherrschen können und manipulieren können und dann musst du lernen, Gruppen manipulieren zu können und dann wirst du losgelassen, dann kannst du losziehen und ganze Organisationen unterwandern und steigst dann auch relativ schnell auf, weil du halt durch deinen Rückhalt, deinen Ordensrückhalt einfach Leute hast, die was bewegen können, die auch Leute bestechen können, bedrohen können und so weiter. Es geht in alle möglichen Schichten und das ist eben Fakt, das passiert so. Ich weiß, dass in der römisch-katholischen Kirche Satanisten aktiv sind und ich sage das jetzt hier einfach so, kurz bevor ich aufgehört habe mit dem ganzen Kram, war ich selber Anwärter in einer katholischen Kirche und habe dort die niederen Weihen bekommen und während meiner Weihen bin ich sozusagen geläutert worden, weil ich dort eine Freundschaft mit dem Generalvikar hatte und ich mit denen einfach nicht verraten konnte. Es hat mir so wehgetan, weil ich den einfach auch mochte, es war ein ganz lieber Mensch und wir hatten dann auch, ich habe dann auch noch was anderes aufgedeckt innerhalb der Kirche, es war nämlich schon von einer anderen satanischen Gruppierung, war da auch schon einer drin und der hat auf einer Versammlung ganz offen mit mir darüber geredet, dass sein Schutzengel Luzifer sei. Also Luzifer als mittelalterlicher Satan, nicht den Luzifer aus Rom, die römische Lichtgestalt, nicht den Luzifer, sondern schon den klassischen Luzifer und da ist mir dann auch bewusst geworden, okay, krass, ich bin hier gar nicht alleine, hier ist ja noch einer und der gehörte gar nicht zu meiner Gruppierung. Der war aus einem ganz anderen Orden, den ich aber auch kannte, aber mit dem ich nichts zu tun hatte. So und da merkt man einfach, es werden viele Leute irgendwo eingesetzt, die einfach alles unterwandern sollen und am Ende dienen sie dann einer großen Agenda, weil alle diese Orden sind untergeordnet und angeschlossen an ein höheres System. Und die machen sich alle zu nützlichen Idioten. Ich war auch so einer davon und genau das ist der Punkt. Und das wird wahrscheinlich auch in der Musikindustrie, diese ganzen Künstler, die dann eingesetzt werden für irgendwas. Ja, es ist, ich vermute, dass es ähnlich so ist. Ja, wow. Das ist natürlich eine Hammergeschichte, das verschlägt einem ja fast den Atem. Ja, also, dass diese, das wundert einen ja immer, warum diese ganzen Gruppen dann doch immer voll der Agenda dienen. Und selbst wenn es jetzt diese Unterwanderung nicht gäbe, ich meine, das ist ja niedergeschrieben, was sie, was sie vertreten und auch das passt eigentlich rein. Also, es ist jetzt gar nicht so, es wundert mich jetzt fast oder das schockiert mich fast, dass man die auch noch unterwandert damit. Und gerade bei diesem Endzeit-Christentum, da wäre ich wirklich ganz, ganz skeptisch. Weil das, das ist ja genau das. Also, diese satanischen Sachen, die werden gefördert. Letztendlich immer über das Werkzeug Geld. Aber man fördert eben auch diese Gegenkraft, weil dieses Endzeit-Christentum zum Beispiel, das ist, die haben große Medienunternehmen und die sind sehr, sehr bekannt und diese hohen Pastoren da oder Priester, die fahren in Luxuslimousinen und Privatschits und so weiter. Und genau, die werden jetzt wahrscheinlich auch wieder als Antithese genutzt, um den Leuten zu sagen, guck mal, wie verdorben die Welt ist, jetzt muss diese Endzeit kommen. Und diese Endzeit-Sache, was es eigentlich bedeutet, vielleicht schlagen wir jetzt da zu arg aus, aber ich sehe da nicht die Erlösung, die sie eigentlich vorgesehen haben. Und wenn da sogar Satanisten drin sind, die das quasi wissen, dann sollte das die Leute aufwecken. Ich kann sie jetzt aber nicht die Hand ins Feuer legen, für das, was er sagt. Nicht, dass du irgendwann wieder zurückrudern musst oder so, das hoffe ich wirklich nicht. Aber, ja, wenn das stimmt, dann ist das natürlich Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich würde gerne mal nochmal auf unser Ursprungsthema so ein bisschen näher zurückkommen, okkulte Popindustrie, Popmusik. Wir haben jetzt viel über Rap gesprochen. Ich würde gerne mal wirklich über andere Genres sprechen, nämlich wirklich Pop. Das, was sich kleine Mädchen anhören. Aber da gibt es ja auch ganz viele Stars und Sternchen, die da irgendwie so ganz komische Agenten vertreten, jetzt gerade aus dem amerikanischen Bereich. Das ist ja so ein Klassiker, dass dann jetzt irgendwie so eine junge Dame anfängt, Lieder zu singen und dann ist das erst mal so richtig mädchenkonform und ganz harmlos und dann kommt da diese Verwandlungsphase, irgendwie beim zweiten oder dritten Album ist sie dann irgendwie eine verdorbene Sexbombe, wo man sich dann auch die Frage stellt, ist das einfach nur ein Marketingkonzept, was dahinter steckt, weil man erprobterweise ermittelt hat, so kannst du gut Platten verkaufen oder ist es halt mehr? Ist das eine gewisse Agenda? Was wird da gezeigt? Da gibt es ja verschiedenste Beispiele von Christina Aguilera, diese ganzen Mickey Mouse Club-Geschichten. Ja genau, Rihanna ist so ein Beispiel. Wie schätzt ihr das ein? Willst du Alex? Ja, also was mir geläufig ist, zumindest hier aus Deutschland, also wir haben die intern immer Disney-SCH-Lampen genannt. Also ich wollte jetzt das Wort nicht aussprechen. Und warum Disney-SCH-Lampen? Ganz einfach, weil wir auch wussten, dass eben Disney eine gewisse Konditionierungsprogramm ist, letztendlich so eine Art MK-Ultra-Programm fürs Fernsehen, was dann schon in der Kindheit da draufgelegt wird, um die Kinder schon mal vorzuframen, für das, was später kommt. Und das, was später kommt, wiederholt sich dann in dieser Pop-Musik, interessanterweise. Weil da werden dann die Trigger offenbar. Also das, was Disney versteckt, wird offensiv und erwachsen dann dargestellt bei diesen ganzen Pop-Ikonen. Und deswegen haben wir die immer so genannt. Und warum wir die auch so genannt haben, und so haben wir auch zum Beispiel Frauen genannt, die davon sehr stark beeinflusst wurden, die dann diese Idole als quasi ihre Idole gesehen haben. Weil wir wussten, wenn die darauf abfahren, dann sind die so weit geframed, dass wir da gar nicht mehr viel machen müssen, um die zu manipulieren, um die in die Kiste zu kriegen. Das heißt, wir wussten ganz genau, welche Knöpfe wir drücken müssen bei denen, die hat genau die Merkmale, ist eine Disney SCH-Lampe, die kannst du ganz einfach in die Kiste kriegen. Geil. So, und genau das sind auch diese Ikonen. Ich glaube, dass diese Ikonen schon seit ihrer Kindheit vorbereitet wurden sind, für diese Rolle, die sie da einnehmen. Die werden sozusagen im Anführungsstrichen geopfert, weil sie kommen ja meistens auch aus gewissen Familien, die eigentlich, und das ist das Interessante, die eigentlich auch eher zu den höheren Schichten gehören. Aber ich denke, die werden ganz einfach dafür ausgebebt, dafür geopfert. Einerseits werden sie vergöttlicht, das ist auch mal ganz klar, sie werden immer als Götter, als Göttinnen dargestellt, und so werden sie auch verehrt und angehimmelt, und das will man auch. Man will aus ihnen Göttinnen machen, aber sie sind im Grunde selber total kaputt, das sieht man vor allen Dingen an Britney Spears, die da und man sieht einfach, die ist komplett fertig mit Nerven, und dann schreibt man sie halt als kaputt, ja, die ist kaputt, die ist psychisch krank, deswegen macht die sowas, um das alles zu kaschieren. Ich glaube, das sind einfach nur die Auswirkungen ihrer Zwangsausbildung, die sie seit ihrer Kindheit bekommen hat. Das ist natürlich nur eine Annahme, aber es liegt für mich sehr auf der Hand. Ja, das sieht man ja bei all denen, also dass die im Alter dann meistens, wenn quasi ihre Karriere ausgelaufen ist, komplett verfallen. Madonna sieht jetzt ja wirklich aus wie ein Frosch, die hat ihr komplettes Gesicht zerschnitten und fällt eigentlich nur noch auf mit Schwachsinn und man hat auch das Gefühl dahinter steckt auch System quasi dass man sich am Ende der Karriere noch mal so richtig schön demütigt also man kriegt zwar am Anfang diese Berühmtheit und ist der Star und beliebt aber irgendwann wenn es bergab geht dann gehört es auch dazu dass du von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen trittst und bei Mariah Carey gab eine Schwester also das ist wirklich ihre Schwester die ist ziemlich drogenabhängig und lebt auf der Straße und die hat mal ein Interview gegeben dass sie mit Mariah Carey als Kind in so einem satanischen Ritual drin war auch in den höheren Kreisen in so einem Schloss irgendwo da an der Ostküste und dass Mariah Carey wohl auch was zu tun hat wo man dann auch wieder mal gucken muss wen heiratet dann Mariah Carey zum Beispiel in diesen Musik Industrie höheren Entscheidungszirkeln das kann man gerne mal nachschauen wird also das wird es wahrscheinlich sein in den höheren Entscheidungsebenen da ist gar kein Respekt für diese Leute also von unten werden sie quasi angehimmelt aber von oben werden die sagen hey willst du mal mit Mariah schlafen ja vielleicht eigentlich gerade keine Lust aber morgen vielleicht oder so also da ist schwer anzunehmen dass die da auch dann rumgereicht werden quasi als Trophäe oder für die harte Arbeit die man in sie reingesteckt hat sie zu Superstars zu machen genau deswegen Disney SCA Lampen genau also ich finde auch interessant rein von der von der Symbolik man sieht ja bei diesen weiblichen Sternchen das fängt dann ja immer mit so Schulmädchen harmlos Teddybären Image an dann kommt irgendwie die große Verwandlung dann hat man ja auch oft dann in Videoclips oder auf CD Covers dann so eine Symbolik mit so Monarch Falter mit so eine Metamorphose und dann zum Ende hin kurz vor dem Absturz das habe ich dann irgendwie dann geht bergab und das ganze wirkt wirklich vorgezeichnet ich habe da früher nicht dran geglaubt habe ich das sind jetzt Zufälle oder es sind halt so die die Biografie in irgendeiner zerbricht an Ruhm und Reichtum aber wenn man sich da mehrere Beispiele mal anschaut dann sind da wirklich Muster erkennbar auch Muster in der in der Symbolik die dann zu gewissen Zeitpunkten eben in den in den ganzen Machwerken auftauchen interessant ist ja auch alleine schon dieser Ausdruck ein Star jemand ist ein Star man könnte für uns ist das so normal Stars und Sternchen man hätte sonst was für einen Ausdruck wählen können für eine prominente Figur die auf der Bühne steht es hätte auch ein Mond oder eine Sonne sein können oder eine Blume oder so es ist aber ein Star und das erinnert ja auch an Alistair Crowley mit der Sternensymbolik und jeder Mann und jede Frau ist ein Stern im liberal beleg warum wurde diese diese Sprach dieser Sprachcode sage ich mal gewählt für prominente Personen aus der Unterhaltungsindustrie wieso sind das Stars und welcher Stern ist gemeint gerade wenn du sagst bei weiblichen Darsteller darstellerinnen dann werden die so vergöttlicht sind dann irgendwie die Göttin oft ist es ja so sexuell aufgeladen also eine Liebesgöttin eine Venus Venus ist halt auch der Lichtbringer ist auch Luzifer also alles Dinge über die man mal nachdenken könnte er hat was sehr Crowley-eskes ja ich glaube Alex ist da der Mann ja also klar jeder Mann und jede Frau ist ein Stern so heißt es ja im liberal im ersten Buch Nuit und könnte natürlich irgendwo daraus abgeleitet sein ja und damit sind ist ja letztendlich auch gemeint wir sind alles Götter aber Crowley sagt ja auch ganz klar dass seine Anhänger die Könige sind die über die anderen herrschen über die Sklaven und es wird auch mal wieder gesagt Sklaven sollen dienen es gibt welche die haben eben das Zeug zum Star und andere wieder nicht und die die es nicht haben sind einfach die Sklaven die konsumieren einfach nur Stumpf und die Stars sind dann letztendlich die die Crowley als Könige bezeichnet ja die die herrschen aber das ist halt das interessante auch das ist wieder so eine Irrfahrt weil es gibt noch die Könige über den Königen ja und das ist auch so eine interessante Bezeichnung die wir aus anderen Religionen kennen König der Könige und so weiter und deswegen und das wird auch bei Crowley wird ja auch immer wieder vom Horus Zeitalter gesprochen aber interessanterweise und das haben glaube ich die wenigsten bisher wirklich durchschaut weil Horus ist ein Titel Horus ist erstens ein Titel und Horus kann auch auf andere Gottheiten angewendet werden das ist wenn man sich ein bisschen mehr mit der ägyptischen Mythologie auseinandersetzt wird man das feststellen dass Horus immer nicht explizit das ist was es sein muss nämlich der Sohn der Nut ist Seed und nicht der Licht Gott den man hinter Horus vermuten mag das heißt ist also der Sohn der Nut und das wird ja auch klar in Crowleys Texten dass eben Nut als die Mutter aller Sterne ja dass Nut letztendlich auch die Mutter ist von Horus von dem Horus den Crowley anbietet und Crowley hat ja sowieso diesen heimlich Satanismus praktiziert das heißt er hat alles irgendwo versteckt kaschiert und so dargestellt dass man erstmal denken könnte das ist gar kein Satanismus nein nein er hat sie auch Telema genannt und so weiter da halten ja auch die Telemiten daran fest dass das so ist aber er selber hat sich ja selber auch das Tier 666 genannt dann Babylon kommt aus dem Hinochischen heißt die Gottlosen und so weiter du hast halt und ist auch eine Anspielung auf die Hure Babylon dann die ganzen Symbole und Zeichnungen sind eigentlich total eindeutig also da muss man schon wirklich ziemlich entweder ist man da total verblendet und will das und kann das wirklich nicht sehen oder aber die Leute wissen es und spielen halt damit nein nein das hat alles nichts mit Satanismus zu tun und genauso ist auch da wieder dieser Seed der da auftaucht der ja in der Antike auch mit einer anderen Gottheit in Verbindung gebracht wird die wiederum mit den höheren Kreisen im Zusammenhang steht Ja was mir noch aufgefallen ist was auch mal diese gerade jetzt diese endzeitlichen Christen bei sich selber in Frage stellen müssen ist ja dieser Glaube an ein neues Zeitalter das kommen wird und jetzt korreliert das quasi alles gerade mit diesem Krieg und dieser diesem Wunsch nach Erlösung und diesem Wunsch dass Jesus zurückkehrt und genau in diesen okkulten Lernen ist aber auch jetzt um diese Zweitausende sowas vorgesehen und wenn man es dann aber noch weiterdenkt gibt es aber wieder noch eine andere Gruppe die auch so einen Zeitplan hat ich denke aber da sollte man sich einfach mal überlegen wenn jetzt ein Anleister Crowley sagt hier fängt jetzt dieses neue Zeitalter an um diese Zeit und es wird da viele Krisen geben und die Ordnung aus dem Chaos und so weiter dann sollte es einem schon zu denken geben dass die eigentlich genau dieselbe Agenda verfolgen und genau da geht es das hatte ich ja auch schon vor Jahren weil ich diese Marc-Persio-Videos geschaut habe da geht es ja um puren Sozialdarwinismus letzten Endes weil dieses tue was du willst wenn man da genauer hinguckt heißt es auch du kannst über Leichen gehen und das hat ja auch Crowley jetzt schon relativ bis ans Äußere getrieben das ist die totale Ego-Perspektive und das ist dann auch und diese Leute glauben halt sie hätten die Kontrolle und die sind sich auch sehr 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 mächtig das will ich gar nicht relativieren und Crowley ist auch überall in der Musikindustrie zu finden zum Beispiel Jay-Z hat ja so mal so ein Alistair Crowley Shirt an selbst bei den Beatles fängt das schon an mit Crowley ja richtig also zig Beispiele bis heute genau ich hatte gerade auch vorhin von diesem deutschen Videoregisseur der sich da auch drauf bezogen hat bei diesen Leuten würde ich aber genau auch vermuten dieses Mindset dieses ja Hauptsache mir geht's gut ich verdiene hier gutes Geld ich will immer weiter an die Spitze ich werde Multimultimillionär und wisst ihr was ihr kennt ja dieses Symbol das wird ja ständig überall gemacht und die Leute fragen sich was heißt denn das ja klar 666 und so weiter ist eine Sache aber wo kommt das her diese Frage die habe ich mich auch gestellt weil tatsächlich in den satanischen Kreisen in denen ich unterwegs war hat das auch keiner benutzt bis ich aber einen Bruder aus Südafrika kennengelernt habe der das dann ich habe Fotos dann von seiner Lose gesehen und seinen Brüdern beziehungsweise ist er noch Mitglied in einer anderen Loge gewesen wo die das alle gemacht haben auf dem Foto und das war die ägyptische Freimaurerei der Memphis Misraim Ritus in Südafrika die das gemacht haben die hatten alle ihren Schurz an die hatten alle ihre Orden und was weiß ich ihren ganzen Faschings Kram da um und standen da und haben alle in Reim Glied dieses Symbol gemacht und da sehe habe ich das das erste Mal gesehen innerhalb von Logen Gruppierungen war mir vorher auch nirgendwo bekannt ich kannte das auch immer dass das alles Stars machen und so weiter aber ich wusste immer nicht woher kommt das eigentlich und dann habe ich eben diesen südafrikanischen ehemaligen Bruder der mir dann da aus seiner Memphis Misra Loge beziehungsweise aus dem Memphis Misra Ritus es ist ja ein Ritus der Freimaurerei beziehungsweise der irregulären Freimaurerei eher oder Charles was sagst du dazu ja also ja das ist irreguläre Freimaurerei das bedeutet das ist eine Freimaurerrichtung die von der Großloge von England als irregulär bezeichnet wird also nicht anerkannt der Memphis Misra Imritus kommt überwiegend in den romanischen Ländern vor das bedeutet Südamerika Italien ist die Hochburg überhaupt Frankreich interessanter weil sogar in Rumänien also tatsächlich da wo also in romanischen Ländern immer wieder es gibt allerdings von dem Memphis Misra Ritus verschiedene Varianten das ähnlich wie bei Fraternita Saturni dann gibt so Abzweigungen und wer hat da jetzt so den richtigen und wer ist jetzt die offizielle Institution es gibt zum Beispiel Rudolf Steiner war dort Mitglied und Rudolf Steiner hat eine abgewandelte Version davon praktiziert da hat er dann auch gesagt in irgendeiner Schrift das wäre jetzt keine Freimaurerei mehr sondern das hieße dann Misraim Dienst das ist aber eine anthroposophische Variante des Memphis Misraim Ordens und wenn man jetzt im Internet beispielsweise nach dem Memphis Misraim Ritus sucht dann findet man zumindest in Europa überwiegend Logen die eigentlich zu dieser anthroposophisch geprägten Variante gehören aber in Lateinamerika und den USA gibt es auch ein Memphis Misraim Ritus der praktisch also jetzt frei ist von Rudolf Steiner ich hätte noch einen Hinweis dazu und zwar violett war die Hauptfarbe dieser Loge was bedeutet eine violette Loge das ist vom Hochgrad System abhängig es gibt verschiedene Hochgrad Systeme und dort haben die einzelnen Logen Farben aber das variiert das kann man jetzt nicht so genau sagen ich war auch nicht Mitglied im Memphis Misraim Orden und ich hatte diese Mützen auf mit diesem drei gestrichenen Kreuz Ja das ist halt so das Problem diese ganzen Symboliken werden also diese Regalia wann trägt man welches Umhängebändchen Kopfbedeckung und so das variiert nach Hochgrad System nach Lehrart und das variiert nach Ländertradition und das ist ich glaube da gibt es keinen Freimaurer aus irgendeinem Land der jetzt alle Symboliken alle anderen Freimaurereien irgendwo im Ausland adäquat um zu 100% zuordnen könnte das ist das ist unheimlich schwierig zum Beispiel in den meisten Ländern ist es völlig es ist üblich dass Freimaurer immer schwarze Anzüge tragen ich habe ganz viele Bilder gesehen irgendwo aus den USA von irgendwelchen Logen die haben alle weiße Anzüge an fragt mich nicht wieso keine Ahnung kenne auch keinen den ich da fragen könnte ist irgendeine Landestradition bei dem Memphis Misraim Ritus ist das interessant ich war damals mal in Kontakt mit einem Großmeister einer Memphis Misraim Großloger der in dem Bundesstaat New York lebte der ist noch kurz danach verstorben das war jetzt aber keine Person wenn jetzt das Wort Großmeister hört denkt man ja oft wahrscheinlich arbeitet der für die Federal Reserve Bank oder so das war ein Otto Normal Verbraucher der war glaube ich im bürgerlichen Beruf Lehrer im Ruhestand und hat sich ganz schwer für Esoterik interessiert war dort in diesem Memphis Misraim Ritus und auch noch in einem Martinisten Orden und mit dem habe ich mich lange per Skype unterhalten ganz netter interessanter Typ eigentlich der ist dann aber verstorben und da muss man dann auch unterscheiden das heißt es gibt nicht den Hochgrad viele denken ja oder der Hochgrad das sind jetzt die mächtigen sondern es gibt Freimaurer Organisation mit angegliederten Hochgraden da sind ganz normale Leute auch sowas wie dem Memphis Misraim Ritus und dann wird es Logen geben die total elitär sind gutes Beispiel ist diese Loge P2 in Italien das war auch eine Memphis Misraim Loge da war die absolute Macht Elite vertreten und die hatten sicherlich mit dem Orden und dem Großmeister den ich aus Amerika kennengelernt habe überhaupt gar nichts zu tun das war ein ganz stinknormaler Typ aus dass der irgendwie ein Fable fürs Rosenkreuz und Tarot und solche Sachen hatte das muss man nochmal unterscheiden Memphis Misraim heißt ja oft ägyptische Maurerei bezieht sich auch aufs alte Ägypten ist aber in Italien entstanden und italienische Freimaurerei ist hoch interessant weil die von anfang an stark okkult war und b aber auch stark politisch und antikatholisch also die italienische Einigungsbewegung lief mit über die Logen die haben eine Verbindung zur französischen Freimaurerei das ging dann bis ins Osmanische Reich in die Kreise die die moderne Türkei gegründet haben diese früh kemalistischen Kreise waren auch freimaurerisch muss man aber dann sagen mit diesem link nach italien und von italien aus nach frankreich ja ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie wir noch was sagen zu diesem zeichen weil da können wir auch an diesen haftbefehl anknüpfen weil das ist ganz interessant es gab mal einen rapper das war vor ein paar Jahren den habe ich eher so als relativ noch normal ordentlich eingeschätzt so auch so ein bisschen kritisch dann vor ein paar jahren hat er auch auf dem cover dieses zeichen gehabt und hat so gemacht und auch wie alex hatte ich mit diesem zeichen immer so ein problem weil natürlich das 666 liegt nahe fakt ist alle machen das gerade in hollywood und auch wirklich prominenter position und auf zeitungs covern und eben es gäbe zig andere handgesen aber das wird am allermeisten gemacht zumindest hatte das dieser rapper da auch drauf und dann hat man und der ist jetzt heute auch sehr erfolgreich der verdient sehr viel geld der heißt PA sports ist aber gar nicht so der rapper den man so in der breite masse kennt aber der ist gut im Geschäft sag ich so quasi du hast jetzt deine Seele verkauft du bist jetzt beim Teufel und du machst deine Seele macht er betet zum Schaitan und macht die Finger zum Kreis und dadurch dass er die Finger zum Kreis macht ist er quasi seine Seele verkauft und Jahre später derselbe Rapper ist auf einem eigenen Cover und macht dieses Zeichen zumindest hängt da noch ein längerer Rattenschwanz dran in der Geschichte weil er hat mich dann herausgefordert zu einem Gespräch und ich bin dann extra nach Berlin gekommen weil er war schon damals ganz relativ große Nummer und wir haben uns dann auch unterhalten das kann man sich auch noch angucken auf YouTube und auch bei dem habe ich so einfach bis heute so irgendwie ein komisches Gefühl einen komischen Verdacht warum der so erfolgreich ist und natürlich auch immer so auf Systemlinie und so das ist ja eh klar ja zumindest hätte man jetzt jemand wie Alex hingesetzt vor den Typen dann wäre glaube ich der wäre geschmolzen er wollte schon damals hat so ein bisschen angedeutet dass er doch nicht so Lust hat dieses Gespräch raus zu bringen da gab es aber dann auch schon sehr viel Druck auch von seiner Zuhörerschaft und hat rausgebracht und hat mich davor noch in schlechtes Licht gerückt und so aber es drehte sich auch um dieses Zeichen und ich war mir da auch nie so sicher wo das eigentlich herkommt man hat nur gesehen dass es omnipräsent ist ich muss jetzt aber auch mal was einwerfen ich war ja mal vor einem halben Jahr im krankenhaus und hab dann den Fehler gemacht bei telegram ein Foto zu posten wo ich am tropf hänge und so mache ich hab da überhaupt nicht an irgendeinen satanismus gedacht ich kenne dies Zeichen aus dem tauchen wer machen weil das heißt ich will hoch ich hab ein Problem also schnell an die Oberfläche es ist auch das okay Zeichen man muss jetzt in dem Fall genau gucken da ist ein Rapper der beleidigt einen anderen Rapper weil er dieses Zeichen macht das heißt er muss genau sich bewusst sein dieses Zeichen jetzt auf meinen Covers in meinen Videos aufpassen auch nochmal das Video durchchecken weil ich und dann macht er für sein Album auf dem Cover also man bringt einmal im Jahr maximal ein Album raus macht er dieses Zeichen ja ich denke der Kontext ist immer wichtig das ja auch mit dem Pentagramm also das Pentagramm besteht per se für irgendeinen Teufelskult das ist ja völliger Blödsinn es gibt ja da auch zu bestimmten antiken Kulturen Bezüge und so weiter und es ist immer wichtig wer benutzt es in welchem Kontext und das finde ich sollte man auch immer so nüchtern betrachten und nicht überall sagen hier der Teufel und da und der Teufel und da kann man nämlich auch in die Irre laufen und dann irgendwann nur noch den Teufel überall sehen und dann ist man den Evangelikalen schon ein Stückchen näher gekommen und ich denke das ist auch nicht sinnführend und das ist vor allem lenkt das ja auch wieder ab so können die ja auch das ist ja das was die wollen die wollen dass du Panik bekommst einerseits sollst du es feiern entweder sollst du es feiern oder sollst du es fürchten und dann hast du diese zwei Gruppierungen wieder die einen haben Angst und sind dagegen und die anderen feiern und befeuern das und dann hast du diese zwei Gruppierungen die sich gegenseitig irgendwo gegenüberstehen und Chaos verbreiten und die dritte Partei hat dann eben das was sie will dadurch erreicht ja ich hatte meine Videos auch am Anfang immer so gestaltet dass ich sehr diese amerikanischen Stile übernommen habe und da dann auch diese Leute einfach der hat die Seele verkauft und alles Satans Anbeter und so was halt auch aus der kritischen amerikanischen Szene so kommt die auch wirklich teilweise auch echt gute Leute sind so auch wenn sie also eben ich halte es jetzt also auch nicht das Christentum für die Patentlösung aber es sind schon auch eben das ist wie bei diesen okulten Lehren die sehen halt irgendwie noch den guten Kern darin und legen diese Lehre für sich positiv aus das ist ja dann genau eben dieser Stern und so man kann ja auch diese okulten Lehren dafür benutzen im Inneren zu wachsen und die Kabbalah kann man sogar auch für sich selber positiv auslegen und so dass du daran quasi dein inneren dein inneres Licht aktivierst und solche Geschichten aber es kommt immer immer auf den Kontext an ja und ich habe mich da schon sehr gewandelt und gehe jetzt schon mehr in die Richtung sage ich mal von denen die wirklich dahinter stecken wo man auch wirklich Fakten präsentieren kann die sagen okay der Typ oder diese Firma oder diese Organisation das kannst du auf Wikipedia nachlesen ich würde gerne mal kurz was fragen habt ihr von dem Fall gehört mit Farid Bang jetzt kürzlich ist noch gar nicht so lange her das ist ja wirklich was extrem spannendes erzähl mal ich interessiere mich nicht so sonderlich für die deutsche Raps da gab es da gab es einen anderen Rapper der sehr eng verbunden war mit Farid und der denkt sich irgendwas mit Keks irgendwie Cupcakes genau und der hat ein Video rausgehauen das ist relativ krass viral gegangen da sind viele Leute haben sich das reingezogen wo er eben behauptet dass Farid Bang mit Pädophilie zu tun hätte und gehabt hat und sich selber als Kind verkauft hat auf dem Kinderstrich und selber aber auch ein anderes Kind wohl dahin geführt hat irgendwie sowas also Mittäter war und selber letztendlich auch Opfer war und so weiter und das ist natürlich äußerst spannend wenn man sich dann überlegt okay warum ist der dann also hängt das irgendwie zusammen diese Szene und vielleicht auch der Grund warum er so viel Erfolg hat es könnte ja sein es ist eine Möglichkeit man weiß natürlich nicht was war es an diesen Aussagen das muss man ja auch sagen das kann auch einfach nur ein Diss gewesen oder irgendwie um ihn reinzuziehen in irgendwas aber andererseits sagt er ja auch wenn es nicht stimmt dann zeigt mich doch an ja und was da jetzt drauf gefolgt ist weiß ich bisher noch nicht vielleicht aber wenn es nicht stimmt zeigt mich doch an ist ja kein argument man muss ja so der wird ein ziemlich verkorkstes und kaputtes leben haben und danach nicht glaube ich nicht in der lage sein so eine karriere hinzulegen absolut doch hundertprozentig hundertprozentig doch und das ding ist ich kann ja auch sagen ein hinweis daraufhin hat es gab bei der Sendung mit Bailash von MC Boogie da war der Florian Homm eingeladen das ist ja dieser Ex Milliardär der letztendlich als Antichrist der Börse bezeichnet wurde damals und einer der größten Börsen Leute überhaupt war in Europa einer der schwer reichsten der auch die ganzen großen Leute kannte also der die reichsten Leute der Erde kannte persönlich so und der Hammer ist dass er dort das erste Mal in der Sendung sagt dass er als Kind selbst misshandelt wurde sexuell missbraucht wurde und er sagt und dann enthüllt er noch etwas und sagt das ist absolut keine seltenheit in diesen hohen kreisen das glaube ich auch nicht nur das ist was das ist was anderes familiärer missbrauch ist noch was anderes als ein rot licht milieu auch das kann man nur spekulieren ich sage ja nur ich persönlich glaube dass wenn man so was durchlebt hat dass man dann nicht unbedingt dazu in der Lage ist noch so gut wirtschaftlich zu funktionieren ist meine Meinung abgerichtet wurdest das ist ja alles eine sache der konditionierung kommt darauf an wie man dir das beigebracht hat wenn man dir immer gesagt hat das ist okay und so weiter und du wirst eines tages wirst du ein stern sein weil das ist ja auch das was vielen erzählt wird du wirst eines tages ganz groß raus kommen das wird ja vielen kindern auch erzählt um den halt irgendwie mut zu machen oder sonst irgendwas und gerade auch in diesen missbrauchs fällen das ist schon häufiger mal so raus gekommen dass dann welche die ausgepackt haben ich wurde misshandelt als kind die gesagt man hat mir immer erzählt ich bin was ganz besonderes so und insofern kann das eben auch pushen natürlich ist der missbrauch da aber nicht jeder der missbraucht wurde ist dann nur noch ein schluck wasser in der kurve und sitzt depressiv vor seiner rauffasertapete und wippt hin und her sondern es gibt eben auch viele die trotzdem gerade deshalb der welt beweisen wollen oder irgendwas noch mal machen wollen und bei farid sieht man ja auch sehr stark wenn man jetzt mal seine lieder genau anhört es geht er schießt ja ständig gegen homosexuelle und also das das sind ja zwei punkte die ja dann auch schon irgendwo in diese richtung gehen wenn ich die ganze zeit dagegen schieße und so weiter dann hat er hat er irgendwie so ein butler oder so ein haushälter soll wohl angeblich so ein haushälter haben der dann mit dem er dann da irgendwo immer relativ nah beisammen ist und viele sagen behaupten halt es könnte sein dass manche sagen auch und auch dieser cupcake ich weiß nicht was er alles erzählt hat ich habe mir das Video nicht komplett angeguckt aber in den Kommentaren und auch überhaupt was ich sonst noch so darüber gefunden habe im Internet da gibt es wirklich die buntesten Geschichten sicherlich wird da auch eine Menge von erfunden sein vielleicht ist auch alles erfunden aber diese Indizien die sich da sammeln sind schon sehr prägnant und meine Erfahrungen die ich selber gemacht habe auch in diesen kreisen ich habe ja selber auch missbrauchte kennengelernt und das waren eben keine die sich zusammen gekrümmt haben und da irgendwo umgelegen das waren hardcore satanisten das waren Täter das waren Leute die selber gesagt haben ich scheiß auf euch alle ja ist mir kacke egal ich bin kriminell ich find geil blablabla solche Leute waren das die eine wut in sich drin hatten aufgrund ihrer sexuellen misshandlung und dann gesagt haben ich jetzt bin ich der böse und jetzt fick ich euch mal alle aber das ist halt genau das was es dann am ende ist jetzt ich euch alle mal und das macht doch die safari letztendlich auch diese Wut die er so überträgt in seinen songs und also er ist bekannt und niederschwelligste art von musik die man sich vorstellen kann da geht es nur um leute beleidigen und wörter wie hurensohn und mutter beleidigen und so weiter also das ist wirklich das kann ich mir schon vorstellen sage ich mal dass Leute dann so werden genau vom Opfer zum Täter und genau man muss dann quasi das kompensieren indem man quasi das vervielfacht oder dann nochmal drauf legt und zu diesem Typ der ihm das vorgeworfen hat als ich da rap gehört habe ich weiß der hat lange oder relativ lange mit Farid bang gerappt ich bin da auch ganz ganz vorsichtig weil ich habe da ein Video gemacht und in jedem Satz geguckt konjunktiv 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 weil eben sobald man irgendwie sagt es war so dann hat man einfach keine Beweise die Frage ist ja aber auch andersrum wie beweist du sowas noch also gerade jetzt im Vor-Internet Zeitalter beweist mal dass zum Beispiel der Typ vor 30 Jahren oder 25 Jahren dein bester Freund war wenn du jetzt mal keine Fotos hast oder so es gibt viele Dinge die kann man wissen aber das vor Gericht zu beweisen dass dann auch wirklich jeder weiß da gibt es einen glaubwürdigen Zeugen dem vertrauen wir da gibt es vielleicht noch ein Beweis irgendwo ein Dokument wo das drinsteht das ist zwei verschiedene Sachen und es gab ja gibt ja schon so verschiedene Anschuldigungen das wie bei der Schwester von mariah carey oder auch in amerika leute die das gesagt haben man fragt sich halt warum sagt man sowas also du bist ja du tust ja nur Schaden das ist auch wie bei den okkulten symbolen das bringt den leuten nichts glaube ich aber das sehe ich anders also das finde ich komisch die ansicht muss ich mal echt so einhaken das wieso gehst du davon aus dass das einem schadet also es ist ja altbekannt wichtig ist dass Menschen über dich sprechen auch schlecht ist genau das schadet in keinster weise und ja negative aufmerksam ist auch aufmerksamkeit jede schlagzeile in medien bringt dir als musiker was also oder als jemand der dazugehört wenn ich die abgehalfterte schwester von maria kerry wäre dann würde mir vielleicht irgendeine klatschgeschichte den ich rapporter erzähle auch was bringen also da kann man gegebenenfalls vielleicht schadet es ihr auch will ich nicht ausschließen aber jetzt zu sagen so die schaden sich damit alle wieso machen die das das können die auch anders sehen und bei der rap sehen natürlich auch die leute die die dann die andere seite verteidigen und da ist da natürlich schwer das zu argumentieren natürlich könnte quasi jeder der sowas vorbringt auch dann gesagt werden ja gut das problem ist auch es gibt sicher viele leute die genau das machen und ich hatte auch so im Hinterkopf meine Pappenheimer wo ich mir auch so denke wenn du das jetzt erzählst was dir so passiert ist bei dir habe ich so anzeichen dass es nicht stimmt aber wenn man jetzt per se zu allen Leuten sagt die quasi was vorbringen was sie nicht beweisen können das denken die sich nur aus und wenn es dann aber so in der Masse auch vorkommt ich sage nicht dass sich das alle ausdenken ich ich sage nur dass es nicht so ist dass die leute sich damit schaden oder selber schaden wenn sie okkult symbolik benutzen also das kann ich gar nicht nachvollziehen ich glaube dass das so schon eine image pflege ist das ist so ähnlich als wenn du sagen würdest irgendwelche gangster rapper schaden sich wenn die sich als kriminell darstellen ist voll schädlich ja aber ganz ehrlich schau guck mal die die wirklich offensiv mit mit dieser satanischen symbolik angefangen haben das war ja eher so die metal szene in der metal szene später dann vor allem in den 90ern auch in black metal da wurde ja wirklich mit umgedrehten kreuzen und umgedrehten pentagrammen nur so um sich geschmissen aber die haben sich auch nicht damit geschadet nee die haben sich nicht damit geschadet weil die zuhörer alles schon leute waren die eben in diese richtung tendiert haben aber die leute die diesen rap hören sind ursprünglich keine leute die sich für satanismus interessieren und deswegen ist es eben schon merkwürdig dass das da so prägnant ist ich widerspreche euch nur in einem einzigen punkt dass die sich damit schaden in anderen punkt dass es merkwürdig ist widerspreche ich nicht aber auszugehen dass die sich damit schaden finde ich naiv oder weltfremd ich glaube bei der klientel bei der breiten masse schaden sie sich doch sie schaden sich natürlich nicht in ihrer karriere weil ich der theorie anhänge ob du karriere machst wird eher oben entschieden und nicht von der breiten masse ich sage ich glaube nur und es wird sicher auch leute in der breiten masse geben die darauf anspringen und das interessant finden gerade aber jetzt wo auch doch schon sehr viel negatives rausgekommen ist und so sich der wind so langsam dreht glaube ich eigentlich eher so ich kenne ja auch diese klientel so ein bisschen die sind auch teilweise eben sehr heuchlerisch also sie haben kein problem mit irgendwie kriminellen clans und Schutzgelderpressung und sowas da wird schön drüber geschwiegen aber dann die moral keule rausgeholt bei den okkulten symbolen aber ich glaube halt eben ist es gerade auch bei leuten die auch oft so einen muslimischen hintergrund haben tust du dir da keinen gefallen mit aber das ist jetzt auch nur macht doch gar nichts was du widersprichst also kann man kann man so oder so sehen viele Leute stellen stellen sich ja auch in verschiedene Richtungen auf mal virtue signal link dann aber auch mal wieder was konservatives so damit du so schön alle einfängst man muss sich halt bewusst machen genau man muss sich halt einfach bewusst machen was sind die Zuhörer für Leute was sind das für Menschen und wie du schon gesagt hast mir ist auch eher so ich habe auch eben das Gefühl dass es überwiegend so ist dass es sehr viele muslime gibt die eben hiphop hören und es gibt natürlich auch Christen viele Christen die hiphop hören aber da trennt sich die Spreu wieder vom Weizen aus an die evangelikalen Christen die nur christian rap hören und so wie seven oder was ich da gibt es ja so verschiedene und dann gibt es eben ganz normale Leute auch die jetzt nicht irgendwo in eine krasse religiöse Richtung gehen sondern normal im Sinne von das was wir heute als normal bezeichnen das sind würde ich sagen so gut bürgerliche keine Ahnung ganz bürgerliche Menschen die jetzt keine Ahnung großartig von okkulter Symbolik haben die aber schon irgendwo deuten können dass wenn da so ein Ziegenbock kopf auftaucht dass das jetzt nicht unbedingt was mit ja mit irgendwas freudvollem zu tun hat ja und das heißt die sehen das mit diesen augen und machen sich dann ihre gedanken und sagen dann entweder sowas wie naja das ist halt ein stilmittel oder sie sagen ja aber das interessiert mich gar nicht ja ich glaube das ist eher das desinteresse ich finde die mucke geil der beat ist cool und das kann man cool hören im radio und wenn man Auto fährt oder wenn man was ich irgendwo unterwegs in der disco da finde ich das geil ach was die da für symbole interessiert mich gar nicht ich glaube das ist halt dann die 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 mehrheit die sind da gar nicht so interessiert dran die nehmen das auch vielleicht gar nicht so stark wahr wie zum Beispiel religiöse gruppierungen die da schon eher drauf achten und dann gibt meistens ist nicht bewusst und denen ist es egal das kann auch sein ich würde jetzt auch nicht sagen dass es in eine richtung gehen muss dass man sich da quasi Erfolg von verspricht oder dass man sich keinen Erfolg von verspricht denke vieles schwingt einfach so mit ich sage nur auf jeden Fall wird dann nicht nur der Zweck mit erfüllt also ich glaube einfach diese Branche ist nicht so angelegt dass es nur ums Geld geht das glaube ich nicht ich würde gerne noch mal das Thema ein bisschen darauf hinführen oder kannst du vielleicht auch was zu sagen was glaubst du denn es geht aus deiner Sicht nicht nur ums Geld sondern um eine Agenda wie diese Agenda wirkt gar nicht unbedingt wie sie wirken soll sondern wie sie wirklich wirkt das also jetzt nicht soll uns hat das aus deiner Sicht diesen Einfluss oder sind das einfach nur nett gemeinte Versuche siehst du da tatsächlich eine Gefahr wie wie schätzt du das denn ein wie wirksam das alles ist ja für mich es ist sehr wirksam und zwar aber auch was dann aber in diesen eigentlichen Zielen der höchsten Okkult Gruppen liegt also die interpretieren diese Geheimlernen auch so dass sie die Wissenden sind und sie das Licht repräsentieren und aber die anderen Menschen sind für sie eben satanisch und genau diesen Gefallen tun ihnen jetzt ja auch die Geheimgruppen und die Freimaurer und ganz viele andere Okkult Gruppen und auch die Kultur Marxisten jeglicher Couleur die verhalten sich ja genauso satanisch wie man das für sie vorgesehen hat und man kann auch sehen dass diese Gruppen schon vorher die Kontrolle zum Beispiel jetzt über Hollywood hatten und das ist wie bei diesen Jugendstars die dann plötzlich zu Sexbomben werden also man fängt langsam an bringt auch sehr viele erhebende konservative oder nette Inhalte und so hat sich das ja auch in Hollywood entwickelt und diese Musikindustrie in Los Angeles das ist ja alles vernetzt also ich sehe diese ganzen satanischen Inhalte sehe ich auch eher als Werkzeug um quasi diese Welt zu verdunkeln das ist so ihr Plan also sie wollen diese Welt verdunkeln um dann aber wieder das Gegenmittel zu präsentieren und ich glaube wir schweifen da jetzt zu arg ab wenn wir erklären was da die genaue Agenda ist vielleicht könnte man auch ein eigenes Video dazu machen ich habe jetzt letztes Jahr war ja etwas was wirklich noch mal alles getoppt hat im Sinne von Kopf schütteln und abgestoßen sein das war dieses Astroworld Festival wo ja mehrere Leute auch gestorben sind im Publikum und dann hat man so viele Sachen gesehen die einfach in meinen Augen auch wirklich symbolisch darauf hingedeutet haben dass man quasi diesen Untergang dieses satanischen Amerikas hier nachspielt man hat eigentlich nur zwei Augen gebraucht um zu sehen dass es auch eine art satanisches Ritual war aber wenn man es weiterdenkt dann war zum Beispiel auch die Bühne wie so ein Kreuz aufgebaut das dann quasi verschluckt wird von so einer dunklen Entität von so einem Abgrund und da sind für mich sehr viele auch Bezüge drin quasi vom Ende des Christentums das man haben will und von dem Beginn eines neuen Zeitalters das eingeleitet wird eben erst mal durch die Abkehr vom Christentum indem man sich quasi wieder diesen alten Kulten anschließt da gab es auch ganz klare Bezüge bei dem Konzert mit Kinderopfern von Moloch also der Eingang war so aufgebaut dass du quasi in den Mund des Rappers reinlaufen konntest so wie bei dieser Moloch Statue und es werden dann quasi in meinen Augen so Leute installiert wie jetzt auch dieser Travis Scott die halt dieses satanische sehr in sich tragen aber die sind letztendlich nur nützliche Idioten für diesen größeren endzeitlichen Plan das war verschwörungs geschwurbel deluxe das erklärt aber auch zum beispiel warum viele dunkelhäutige menschen eingesetzt werden weil wenn man die schriften dieser leute aufmerksam liest wird man feststellen dass sie von diesen dunkelhäutigen leuten am wenigsten halten und vor allen dingen davon überzeugt davon sind dass diese dunkelhäutigen leute eben dem satanischen prinzip am nächsten stehen ist interessant weil man glaubt ja man das kommt so aus den richtungen von irgendwelchen alten weißen männern die sich mit kostümen irgendwo verkleiden im 18. jahrhundert oder so kuklux clan und so nee es ist tatsächlich so diese starke neigung gegen schwarze findet man in gewissen schriften dieser höher gestellten person sehr klar und deutlich beschrieben also dass die dem teuflischen sehr nahe stehen noch näher als viele andere ja es gibt ja diesen witz weiße rassisten haben mtv gekauft es hat sich nichts am programm geändert so das programm bleibt wie es ist weil sich halt die schwarzen inzwischen so benehmen dass man quasi also das ist wieder das dieses erfüllen was sie für einen vorgesehen haben also kriminalität drogen gewalt und jetzt natürlich auch satanismus in amerika natürlich voll in die fresse ja da schüttelt jetzt auch selbst die breite bevölkerung langsam den kopf und da sind wir auch wieder bei dem thema ob sich lohnt langsam hast ja wirklich nur voll tätowierte und ja voll satanisierte rapper und quasi gar kein gegenpol mehr jetzt in dem spektrum von jemandem der einfach ja sag ich mal noch halbwegs normal ist und gangster rapper von früher wie tupac oder so gibt's ja alles nicht mehr und dabei wäre der markt dafür eigentlich da aber es ist quasi alles nur noch in diese richtung gemacht dass wirklich auch die Leute sich langsam abwenden und sagen hey Moment das muss ja das muss jetzt mal unter gehen weil es ist alles so verdorben das das schrecklichste dabei finde ich eigentlich dass diese dass viele dieser rapper einfach überhaupt nicht realisiert haben dass ihre chefs oder die die halt mehr oder weniger sie vermarkten vermutlich extreme rassisten sind ja die eben sehr genau darauf achten mit wem sie sich weiter vermehren und mit wem nicht und das ist halt auch so ein thema das wird immer so da spricht halt auch keiner was so unangenehm ist über rassismus in dieser form und aber da könnte man vielleicht auch irgendwann noch mal genauer hinschauen ja ich meine es ist ja in deutschland wenn man jetzt auf die personen guckt glaube ich ist deutschland sogar eher so eine art es wird von anderen leuten verwaltet weil man sieht nicht man diese leute auch mit so namen wie layo cone und diverse andere leute die da im hintergrund standen bei der geschichte auch des gangster raps hier ist es eher so noch ein bisschen weiter entfernt aber es ist ja klar dass darüber muss man ja gar nicht diskutieren dass da natürlich kritisch in der Hinsicht natürlich gar nichts kommt ich würde noch mal so ein Thema gern noch mal ein werfen weil ich das so ganz interessant finde die die ganze pop und rap szene so in amerika ist ja auch viel mit mtv verknüpft mtv ist ja der große sender den es gab jetzt mit im internet hat das ein bisschen an bedeutung verloren aber wirklich jahrelang war das die plattform überhaupt mit der diese inhalte verbreitet wurden und dann gibt es auch diese jährlichen mtv music awards und wenn man sich da die shows anschaut dann hat man immer das gefühl das sind irgendwie so groteske massenrituale oder auch die frage was soll das ganze eigentlich und was soll das mit einem machen diese bühnenshows sind ja von kult symbolik überflutet und ich frage mich leider habe ich es jetzt natürlich nicht die letzten 20 jahre oder so verfolgt ob das von anfang an so war oder ob das irgendwann eingeführt wurde das wäre vielleicht auch echt nochmal ein forschungsprojekt sich ich glaube die gibt es seit 1984 wenn ich mich nicht irre fing das an mit diesen music awards da diese ganzen shows nochmal anzugucken und dann mal zu schauen war das von anfang an okkult aufgeladen oder was weiß ich begann das in den 2000ern und mit welchen Musikern begann das denn jetzt eigentlich aber mittlerweile ist das glaube ich jedes Mal ein crowlianisches satansfest wenn man sich das anschaut ich es steigert sich bei allem ich denke auch MTV hat mal so als etwas netteres familienfreundlicheres Programm angefangen und es hat sich so um die 2000er rum wirklich verstärkt also man muss ja auch sagen am Anfang waren ja die Leute auch noch geschockt von Gangster Rap und auch die Schwarzen in Amerika das sind ganz andere Schwarze jetzt als wir sie noch vor 40 50 Jahren haben als dieses ganze Gangster Rap Zeug angefangen hat und da gibt es genug Interviews auch mit Leuten die das sagen es hat sich extrem verändert bei uns alle wollten die neuen Gangster sein und das ist natürlich einen extrem negativen Einfluss auf die Zuschauerschaft hat ist ja klar und ja mittlerweile fällt es einfach jedem auf der Punkt ist halt nur dass viele halt einfach nicht diese Agenda dahinter sehen die da wirklich genau den Finger drauf legen können aber ja man hat ja noch gar keine Lust mehr weil es eh so offensichtlich ist ich brauch da auch manchmal meine Pause weil es eh schon so ins Gesicht ähm letztes Jahr gab es ja noch so Satan Sneaker von so einem Rapper und der hat dann in der Hölle den Teufel ein Labdance gegeben also viele werden wahrscheinlich auch einfach abschalten und sich etwas anderem widmen so ja weil es einfach ja weil es abstößt ich glaube es stößt langsam wirklich eher ab wobei man ja auch wirklich sagen muss die Konzerte von denen sind auch immer noch voll also es gibt genügend Leute die da noch voll anspringen aber ich sage mal noch der normalere Teil der Gesellschaft wendet sich schon ab früher denke ich konnte man sich noch mehr auf Leute einigen also unverfänglich ist ja gibt es denn da Elton John oder so auch nicht das ist es ja wahrscheinlich wenn man jetzt ist es so völlig übersicht auffällig wir werden bombardiert mit diesen ganzen Sachen aber schaut man wahrscheinlich so sich diese Stars und Sternchen von früher an die so alle so ein Saubermann Image haben mit den Erkenntnissen von heute die man dann über deren Biografien hat stellt man wahrscheinlich auch fest dass da das meiste auch schon total dreckig war ich kann mir vorstellen vielleicht Bob Marley vielleicht weil er auch so früh gestorben ist auf jeden Fall ich glaube auch Bob Marley war wirklich jemand der sich relativ krass dagegen gestellt hat ich meine er gehört er zur Rastafari Gemeinde hat Jah verehrt aber sein Jah oder sein Jehovah war ein ganz anderer als den den gewisse gruppen verehren das weiß ich eben nicht weil wenn du jetzt zum beispiel gerade die rasterfahre bewegung die da entstand die hat auch wiederum ihre wurzeln und verbindungen und so sogenannten prince hall masonry das ist die freie mara der afroamerikaner ich werde ich nicht verteufeln ich will nur sagen wenn man dann jetzt sagt ja das war so der war jetzt irgendwie höre die texte von marley an höre die ganz genau die texte an der schießt damals schon letztendlich gegen die herrschenden eliten ich kenne das stelle ich nicht in frage ich sage nur weil du sagtest der war auch rasterfahre und ich wollte nur darauf hinweisen dass die rasterfahre bewegung auch bei näherer betrachtung ihre okkult bezügert und ich bin der letzte der das alles verteufelt ich will nur darauf hinweisen dass wenn man jetzt so das alles mal sich mit der lupe anschaut man dann immer wieder feststellen wird dass alle diese neoreligiösen bewegungen und was da so auftaucht auch immer aus diesem pot kommt also ich sage dir ganz ehrlich für mich ist bob marley ein absoluter held einfach aufgrund seiner texte wie gesagt wenn man wenn man das wenn man darüber hinwegsehen kann was jetzt ja wirklich in der rasterfahre bewegung wirklich ist sondern was was da für marley war und wie er ja oder gott in seinen texten präsentiert hat und was er damit gemeint hat dann ging es ihm schon um friede um miteinander und er spricht ja auch nicht geld macht dich glücklich sondern freundschaft und liebe und letztendlich hat er so viele zitate und statements rausgehauen die genau das gegenteil von dem darstellen was heute die produzenten wollen ja und deswegen kann man durchaus davon ausgehen dass er gegangen worden ist wollte den bob marley dir jetzt gar nicht mies machen ich habe gar nichts für den kann es auch nicht ich finde den immer noch gut ne wie gesagt wollte nur darauf hinweisen dass diese dieses immer wieder solche verbindungen gibt genauso wie zum beispiel mit den zeugen jehovas die sich zum beispiel auch ganz krass abgrenzen von der freien maurerei aber dass der ich habe jetzt leider den namen russell hieß der glaube ich der diese bewegung gegründet hat ja wenn man dessen der hat auch frühe schriften joseph smith hieß der ne das sind die das sind die mormonen hast du nicht gerade mormonen gesagt ne zeugen jehovas ach so der heißt irgendwie russell heißt er glaube ich und freimaurerei und mormonentum hängt ja auch sehr eng miteinander zusammen genau hatte ich als du das gesagt hast bei dem russell ist es jedenfalls so der hat in seinen frühen schriften sich halt mit den bibelforschung befasst und dann auch ganz viel mit den pyramiden und dann gibt es ein grabmal irgendwo in den usa und das ist so voll mit freimaurer symbolik wo man so denkt ja okay irgendwo habt ihr damit habt ihr da auch eure wurzeln und verbindungslinien kann man jetzt nicht beweisen aber ist deswegen nennen die sich auch zeugen jehovas ne und genau bei mormonen mit dem smith ist es auch so das heißt es gibt so viele neuere religiöse bewegungen die jetzt vielleicht auch schon über 100 jahre alt sind die die auch immer wenn man die man näher untersucht da irgendwo ihre wurzeln haben oder damit zu tun hatten also es gibt kaum kaum was 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 nicht auch mit irgendwie aus dem okkultismus geboren ist weil der auch der okkultismus immer wieder die auseinandersetzung ist mit dem in den religionen verborgenen geheimen lernen und das ist glaube ich auch so eine quelle aus der dann viele schöpfen und neu sich dann so bewegungen entstehen die sich aber später ganz massiv dagegen abgrenzen das ist eigentlich das einzig komische daran oder ja ich meine das schöne ist ja dass das mit dem star und diese symbolik ist ja nicht umsonst dass viele das auch als neue religion bezeichnet haben das ist schon wieder jetzt im absteigen begriffen aber es war ja aber wirklich so dass hollywood star das größte der größten war und in den 90ern sind die leute noch haben diese leute verehrt zwischen dreht sich so der will langsam aber auch das ist ja eine art von neuer religion neuer bewegung dieser star kult und da kann man zum beispiel ganz klar nachweisen wer den gegründet hat ja absolut ich weiß nicht wir sind von der zeit ich muss ich habe ja immer diesen die arschkarte ich bin immer der der die sendung irgendwann beendet wir sind jetzt bei einer stunde 45 minuten wir hatten ursprünglich anderthalb stunden angesetzt ich weiß nicht wie es aussieht wollen wir noch weitermachen wollen wir uns auf eine nächste sendung vertagen nee ich müsste auch mal ich auch genau wir müssen alle mal ich muss vor allem ganz am ende ganz dreist sein und werbung machen ich habe nämlich dieses buch geschrieben und das ist jetzt seit ein paar tagen erschienen die gnosprehe jetzt lasse ich es schon fallen vor lauter freude die gnostische geheimlehre der freimaurerei hochgrad und astrotheologie und die leute die mein kanal schon kennen das auch schon haben schon gesehen aber natürlich manche schalten ja jetzt vielleicht bei tilmann oder bei alex ein und ich möchte darauf aufmerksam wer sich für freimaurerische hochgrad ritualistik interessiert und meine interpretation dieser dinge die viel mit astrologie zu tun hat dem sei mein buch empfohlen gibt es bei amazon gibt es bei epubli bei talia links findet ihr unter dem video oder auf meinem kanal und jetzt lasse ich euch auch mit der kohlemacherei in ruhe ich habe das buch gelesen und ich finde es sehr sehr interessant und es beleuchtet wirklich viele punkte die sonst nirgendwo angesprochen werden ich habe tatsächlich nichts vergleichbares bisher gefunden und ja ich kann auch nur sagen jemand der sich dafür interessiert und wirklich wissen will was da so vor sich geht ich meine ich war auch nie mitglied in der regulären freimaurerei deswegen weiß ich nicht inwiefern das da so der wahrheit entspricht aber ich vertraue dir da mal und auch die astrologischen geschichten die du damit einbaust es ist auf jeden fall auch was für nerds dabei genug dabei also sowohl der 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 noch gar keine ahnung hat wird da unglaublich viel finden was er wahrscheinlich auch erstmal noch gar nicht so richtig versteht was du aber sehr gut erklärst und aber auch der ein oder andere nerd wird da mega spaß dran haben ja Alex ich muss es noch lesen ja extra plat liegt noch in der schweiz jungs hat echt spaß gemacht über die themen hier so mal zu diskutieren fach zu simpeln und ist immer wieder spannend auch für die zuschauer und ich kann mir super gut vorstellen dass wenn der konstellation uns noch weiteren them so in naher zukunft mal widmen werden und liebe zuschauer wenn ihr da noch ideen habt wo ihr sagt wir könnt ihr nicht mal darüber sprechen oder so schreibt uns wenn uns das auch gefällt greifen wir das bestimmt auf ja danke war cool ja war auch sehr positiv bin ich überrascht habe so erwartet aber war sehr schön so in dem sinne liebe leute liebe freunde ciao und bis bald